Ja, hi liebe Leute, hier ein kurzes YSP News Video. Leider mussten wir heute das interreligiöse Frühstück absagen, dadurch, dass einige Freunde und Gäste sehr kurzfristig absagen mussten. Nichtsdestotrotz wollte ich ankündigen, dass wir uns jetzt hier immer im UPF Center mittwochs ab 12 Uhr treffen, um gemeinsam die nächsten Projekte zu planen. Es macht sehr Spaß, einfach auch hier zusammen zu sein, sich ein bisschen auszutauschen und eben die nächsten Schritte zu planen. Ja, es wird jetzt meistens ein bis zwei Events pro Monat geben, entweder ein Interfaith oder ein kulturelles Event. Schaut euch den Eventkalender bitte an, da stehen immer die neuesten Events drauf. Außerdem planen wir eben unser großes Projekt, den Interfaith Workshop, hier immer mittwochs jetzt. Der wird nämlich vom 15. bis 20. April stattfinden und die Anmeldung wird bald freigeschaltet werden. Also stay tuned, sagt man doch so schön.